So und jetzt blasen wir all denen den Marsch, die noch nicht gespendet haben, aber natürlich noch bildlich gesprochen. Die Bläser von East Eleven allesamt Topmusiker aus Ostbayern präsentieren uns jetzt eine weihnachtliche Fanfare, die ein Ensemblemitglied der Trompeter Norbert Siegler eigens für heute Abend komponiert hat. Freuen Sie sich auf besinnliche Töne und junge Blasmusik. Hier sind wir der Sternstunden-Fanfare East Eleven. Musik 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 Und lieber Dominik, mit diesen 10.000 wollen wir jetzt mal wissen, was bisher zusammengekommen ist. Jetzt kannst du mal schnippen. Schnipp mal für den Spendenstand. Und was haben wir da? 7.279.994. Klasse. So kann es weitergehen.